Sie sollten endlich vergessen, was hinter Ihnen liegt, Frau Julia. Sie wollen Ihren Sohn sehen. Ich glaube, es gibt keinen Wunsch, der selbstverständlicher wäre. Und keinen, der unerfüllbarer wäre. Wieso? Ist keine Mutter mehr? Nein, sie starb im selben Jahr wie mein Vater. Na komm, mach wir es sonst. Prost. Wo ist dein Freund? Er ist doch eben hier gewesen. Ja, er war hier. Du steckst mich unter einer Decke wie. Tom! Ich bin bestohlen worden. Wenn Sie Wert auflegen, heute Nacht am eigenen Best zu schlafen, werden Sie nicht anhören müssen. Wo sollt' ich denn sonst schlafen? Im Gefängnis. Schon morgen alles ganz anderes sein. Ein Leben. Ein Leben ohne Liebe ist kein Leben. Es muss doch einmal einen Menschen geben, der an dich denkt, der an dich denkt, der an dich denkt. Wenn du mir schon mal an dich denkt, der an dich denkt, der an dich denkt, der an dich denkt, der an dich denkt. Untertitelung des ZDF, 2020